Wann paar? Was war uns das eigentlich zu machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, wenn du deine Quests nicht willst, ich weiß es auch nicht. Der Titel ist eigentlich ein Ding. Ich kann mir das nicht ausmerken. Du fliegst, du kannst jetzt deine Quests lösen. Oh, hier ist die Hölle los. Der hat geballert. Hier waren es Leute, muss ich ja. 20 Leute waren aufgott. Toll. Darf gleich zu der Holzhütte hinter. Ich sehe dich noch gar nicht. Da musst du irgendwo sein hier. Warte, ah ok. Ja, hier bin ich. Ach, hier ist er. Lass uns ein bisschen weiter rein. Da wurde gerade geschossen, wie blöder. Alter. So. Ey, hier vorne an der Hütte sehe ich mich noch. Wo? Ja, irgendwo hinten gleich. Was steht hier noch? Wo? Was braucht er? Jetzt ist ja noch die Blase auf dem Hals. Ich werde euch nachgessen. Ja. Dann stehen ihn versenken halt gut. Hier liegt auch immer. Da liegt freundlich lange. Der ist auch noch warm. Da liegt freundlich lange. Der ist auch noch warm. Und ich sehe ihn. Da kommt noch nächste Heli. Hier ist gerade ein Fuß eingeschlafen bei mir. Was? Ja, im Hals oben. Die können uns auch gar nicht sehen. Ich hab so gedacht. Bleibt dann noch da unten bei. Oh, da gehen wir in die Hütte oder so. Oh, da gehen wir in die Hütte oder so. Oh, da wollte ich auf dich schießen, Alter. Ja. Lass uns weiter nehmen. Da will ich das Fenster reinschießen, der ist schon. Das dachte ich nach Wischen noch, aber leider nein. Schuss von drüben, von der anderen Seite. Oh. Aber ich sehe... Ich sehe die Kräger. So ein dummes Bein, wo ist der gewesen? Tja. Oh, da wird doch eine leichte Wunde im Arm. Meine Fresse. Dummels Wein. Hm. Da sieht man halt nicht. Nee. Da ist ein Scope schon was Feines, ne? So, alles wurde gut. Das Fenster zeigt nicht da rüber. Nee. Genau so sind das. Wer baut denn sowas? Das ist doch ja kein Buchfrauber. Los, wir rennen hier rüber, oder? Ja. Was ist das denn für eine Bude? Lass uns mal hier reinpoppen und diese Katapur wieder. Kauze. Da steht so ein Mädchen. Hä, was kann ich denn hier machen? Das ist Fenster von da hinten. Hast du das auch hier auf dem Tisch? Ne. Was habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Was ist denn das? The Shadow over Pan Part 2. Ah, okay. Ach ne, ich habe den Shadow... Ne, habe ich nicht. Hattest du vor uns erzählt, ja. Der Panferd zeigt dahinter, wo der hergeschossen hat. Aber man sieht ihn nicht. Das tue ich ja gleich mal rein. Ich habe ja genug Platz. Okay, merkst du. Wenn du es hast, weißt du, wo du hingehen musst. Ach ja, okay. Der Fenster ist genau die richtige Richtung. Aber wir reden nicht. Die Idioten. Er steht im schwarzen irgendwo bestimmt. Oder im Fenster drin. Mhm. Da bräuchte du mal richtig das Scope. Alter. Hast du die Einschüsse gesehen? Ja. Willst du dir das nochmal angucken? Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter. Das sind elf oder zwölf Einschüsse. Ja. Da kommt er gleich rein. Nein. Dass wir nichts abgekriegt haben, Alter. Das ist ganz an einem Wunder. Alter. Alter. So ein Idiot. Was war das jetzt hier? 200, 537. Einer mit der Uzi war das. Alter. Na ja, gut. Ich brauche noch fünf von den Vollidioten. Mhm. Aber ich finde es schon geil gemacht, ja. Ja, ja. Aber ist gar nicht schuld, Alter. Wir müssen rumlegen. Da kann doch bloß hinterm Haus sind. Kannst du das denn hier? Komm, wir pushen das Arschloch mal. Ist doch so. Wir müssen einfach wehen, Alter. Da kommt doch Uzi gehörsen. Alter, Arschi ist immer noch. So. Wie kommen wir zu dem Spasten? Was war weg hier? Ja, wie heißen Fenster hier zugehangen. Wie kommt man zu dem hin? Der ist in der Mitte auf den Dingern irgendwie. Ja, ich denke mal aus einer Hütte schießt er raus. Hier steht noch Saft. Saft, ja. Ist da hier ein Steg irgendwo, dass man da hinrennen kann? Gute Frage. Er ist weg. Boah, ja geil. Wie ist denn der da hingekommen? Geschwommen oder was, der Spinner? Ja, der hätte man doch gesehen dort. Da war ich doch. Da war ich doch. Da war ich so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. aber noch welche schützweißig schützweißig Okay, gut, gut, Astrid. Einfach mal reinhalten, um zu gut wackeln zu sehen, dann war es aber eh noch. Halt mal ein bisschen brauche ich noch. Drei Stück. Da hast du jetzt deinen ersten, glaube ich. Ja, stimmt. Basti hat den da unten erschossen. Bis zum nächsten Mal.